So, nochmal ein kurzes, knackiges Video und zwar möchte ich euch alle Oslo Geheimkisten-Codes zeigen. Für die Geheimkiste 1 war es Mascott, das schreibe ich alles nochmal hier ins Video. Könnt ihr dann abschreiben. Das zweite ist, ich muss noch ein bisschen meine Tastatur vorschieben, dass ich die auch sehe, denn mein Mikro ist genau davor. Is Big Green Guy. Aber das schreibe ich alles nochmal hier rein. Also ins Video. So, Big Green Guy öffnen. So, bekommen wir nochmal das. Und die nächste, die dritte ist für nächste Woche schon. Celestials. Ich glaube so, ob ich richtig geschrieben müsste. Das war Nummer 3. Das geht bis 5. Nummer 4 sind 3000 Dears. Years. So. Die Papa mehr. Papa 2 und nochmal 500. Und das letzte ist Magic. Ne, ich merke nicht so. Nein, so. Da ist echt schwer, wenn man die Tastatur nicht sieht. Okay. So, nochmal bumm. Und das waren alle Codes für die Hostos City Box.